Wir haben hier knapp 70.000 Leute, wir sind alles Opel-Fans, die sind nur hier, um sich und ihre Marke zu feiern. Wir haben hier knapp 70.000 Leute, wir sind nur hier, um sich und ihre Marke zu machen. Wenn die Opel-Fans zufrieden mit einem Lächeln nach Hause fahren, ist es das beste Geschenk, was sie machen können. Wir haben eine tolle Historie, 150 Jahre, Firmengeschichte hat kein anderes Unternehmen zu bieten. Und das ist einfach eine tolle Gelegenheit, auch hier in Oschersleben bei dem Opel-Treffen wenigstens mit ein paar Fahrzeugen auch von Opel aus unserer Klassik-Abteilung auch vertreten zu sein. Was wünscht dir Opel zum 150. Geburtstag? Nochmal 150 Jahre auf jeden Fall. Mindestens, ja. Opel. Wir leben Autos.